Willkommen zurück zu Kräuterblütenliebe. Vor uns seht ihr unsere wunderschöne Zucchini-Pflanze. Sie gehört zu den Kürbisgewächsen und ist einhäusig. Das bedeutet, dass sich männliche und weibliche Blüten an einer Pflanze befinden. Sie gelangte in der Neuzeit nach Europa und tatsächlich wurde sie in Deutschland erst in den 70er Jahren bekannt. Die Zucchini enthält viele Mineralstoffe, Vitamine, Eisen und Karotin. Sie wirkt sich positiv auf unser Immunsystem aus, beugt Schlaganfällen und Herzinfarkten vor und schützt unseren Körper vor der Vermehrung böser Zellen. Zucchini regt unseren Stoffwechsel an und wirkt einem hohen Cholesterinspiegel entgegen. Sie wirkt harntreibend und ist somit ideal für Entschlackungskuren und für Diabetiker geeignet. Aber Achtung, probiert bitte eure Zucchini vor der Verarbeitung. Wenn sie bitter schmeckt, entsorgt sie bitte sofort. Dann hat sie giftige Bitterstoffe gebildet, welche zu Durchfall, Erbrechen, zu Übelkeit, aber auch zum Tod führen können. Habt noch einen tollen Tag. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.